Hallo ihr Lieben, ich habe wieder mal eine Frage an dich. Du weißt schon, Fragen, die dein Leben verändern können. Und die heutige Frage lautet, gestaltest du dein Leben oder ist dein Weg vorherbestimmt? Geh mal dieser Frage ein bisschen nach, denn dann wirst du feststellen, dass sich vielleicht auf die Art und Weise, wie du dein Leben führst, etwas verändert. Also gestaltest du dein Leben oder ist dein Weg vorherbestimmt? In diesem Sinne, alles Liebe, dein Pierre.